Weil ihr es so mögt im Prä-intro angeschrien zu werden, Herz! EIG! Ich hatte es zuerst! Wie wird das geschrieben werden?! Du hast es so dumm schlecht gemalt, hast du das gemacht? Hahahaha! Oh Max, Alter, nein!!! Bod basil ist so sauer hier! Notsack? Was? Was soll das denn sein? Verschrieben? Wieso habe ich mich verschrieben? Wie kann man das falsch schreiben, das Wort? Ach du Sch***e. Ach nein, Digga, ach nein. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ey, ich sag's dir ohne Witz. Über 10% meiner Zuschauer gucken jetzt gerade zu. Was? Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Was zur Hölle? Brasilien. Was? Ist das so? Ist das so? Oh, ich hab's nicht. Oh mein Gott. Ich wusste nicht mehr, wo und was. Ich wusste nichts mehr. Ist das nicht so ein Zimtkringel? Ist fertig? I don't know, ja. Hanky ist fertig. Hä? Ist fertig. Ist fertig. Das ist perfekt. Hä? Keine Ahnung, Mann. Das ist perfekt. I don't know. Das ist so perfekt. Hä? Was passiert hier? Letztlich haben wir Hanky eingeladen. Guck mal. Was? Guck mal. Man müsste es daran schon erkennen. Wie wird das geschrieben, Blut? Alter, Junge, Junge. Wie schreiben du das? Hey, ich hatte es zuerst und ich wusste nicht, wie man es schreibt. Wie schreibt man Lacky? Du hast Lack-Ritze geschrieben. Lack-Ritze. Oh, Digga, was? Hashtag Lack-Ritze. Oh, Digga, Mann. Harry, wo? Hab's? Ich hab Schal falsch geschrieben. Schal mit Hashtag? Hanky, bist du lost? Schal mit Hashtag? Oh, ich bin Letzter und das in der Runde mit Schal-Max. Gut gezeichnet. Ich hab Schal mit Schal-A-A-A. Ich hab Schal mit Schal-A-A. Soll ich ein schweres Wort nehmen? Nehmen wir extra die schweren Wörter oder nicht? Nimm, kannst du auch mal ein schweres nehmen. Was ist das? Händchenkeule. Oh, wie heißt das? Heißt Maul. Ich weiß es nicht. Ich werde es auch nicht wissen. Es ist so gut gemalt, oder? Es ist unfassbar gut gemalt. Klasse. He, ist schon stark. Ey, wie schreibt man den? Irgendwas mit Feder und Tinte. Schreibfeder? Schreibfeder. Was hab ich denn geschrieben? Tintenfüller? Aronblatt? Was ist denn eine Füllfeder? Jürgen, der hat doch die Schnauze, Mann. Alles klar. Ey, wieso bin ich so schlecht? Das stört mich voll. Ich bin echt kacke, Mann. He, was? Das ist nochmal weg. Das sollte, ähm... Was ist das? Flugforelle. Bist du bescheuert? Ey, du weißt schon noch zwei Forellen, die ihm hochfliegen sind. Mann, er war im Angelcamp. Lass ihn. Ja, so eine Forelle, die übel hochfliegen kann. Das wird auch extra geangelt. Oh mein Gott. Chef Strobel, ich hab's. Was? Aber du bist so dumm. Du hast das so dumm schlecht gemalt. Hast du das gemacht? Ja, wie malt man das? Wie kann man das denn? Wieso malst du nicht einfach das Ding? Fertig. Ey, Chef Strobel. Alter. Ich musste richtig lang nachdenken. Chef Strobel, das ist wirklich so kacke. Oh mein Gott. Oh, ja, klar. Digga, das ist ja wirklich so dumm. Sascha, oder? Wer hat schon wieder geleakt? Wer hat geleakt? Er ist raus. Was? Hä? Wie kann das sein? Was? Wer hat denn geleakt? Scheiße, was war das denn? So schreit der. Nein. Nee, ich kannste knicken. Ich wollte nicht mit euch mitspielen. Was? Ich spiel nächstes Mal auch nicht mit. Was ist das? Ich spiel nächstes Mal auch nicht. Hä? Hey Mann, Junge, gib mal ein paar Tipps, bitte. Der malt gleich jetzt einfach nochmal. Ja, da ist doch ein Tier, ja, 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 um das Blaue geht's. Aha. Ja, hier ist zu Ende, Digga, hier ist zu Ende. Was? Wer ist das? Was meinst du da? Das ist so eine Krabbe oder so shit? Hä? Ich wollte nicht mit euch spielen. Ich wollte nicht mit euch spielen. Wer ist das? Das ist der Engel. Was, Max? Was ist das? Ja, neue Begriffe. Lass dir Zeit, du hast auch Zeit, alles gut. Das ist so, ich kann nicht mehr Zeit. Ohne Witz, ich habe den Begriff gesehen und dachte, easy. Oh, was geht's, oh, was geht's denn? Das sind zwei Pfeile, einmal auf, blau einmal auf Krabbe, ey. Was soll's sein? Wo ist die Zeit, wie lange geht das noch? Ich habe schon wieder zu verloren. 15 Sekunden. Max, hallo, niemand von uns kommt drauf. Ach, Max, Alter, nein. Okay, ich sage es euch, ihr könnt ihr keine Punkte mehr kriegen. Das eine ist ein See, das andere ist eine Kuh. Nein, Sascha, Sascha, die Tryhardt. Ich schreibe Selkuh, ich schreibe Selkuh. Ich schreibe das vor der Zeit. Ja, Digga, keine Ahnung, jetzt habe ich schon wieder keinen Bock mehr. Komm, ihr kriegt das raus, Jungs, ihr kriegt das raus. Was? Was? Ah, Sascha, 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 Sascha. Junge, ja, okay, so weit ist es nicht. Komm, es ist schon, es ist schon machbar. Wenn man nicht Trybacks heißt, dann weiß ich das. Hol bitte Emote-Only, Sascha, ich habe deinen Chat gerade gesehen. Alter, Max, du bist so ein Tryhardt. Ich habe deinen Chat gerade gesehen, als ob du parallel abcheckst, ob jemand nicht Emote-Only drin hat. Digga, bei Max geht es hier um die Earnings. Stream mich mal. Stream mich mal, Alter. Oh, Mann. Was? Kurzhantel. Was, Hanky? Was? Ich habe keinen Bock mehr. Hanky hat recht, es ist echt einfach. Es ist wirklich easy. Was? Das ist jetzt echt nicht dumm. Das ist jetzt echt nicht dumm. Hä? Ich habe keinen Plan, Mann. Was hast du da gezeichnet? Was? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Boah, ich werde so sauer hier. Ich werde so sauer. Bois, seid ihr da? Ach, Junge, ja. Das, das Ding dran vorne. Ja, ja, jetzt, 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 jetzt. Ach so. Ja, was soll denn sonst sein? Was ist da? Ja, ich dachte, es wäre ein Taser oder so. Oh, mein Gott. 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 Ist das wichtig? Digga, ich hasse dieses Game. I don't know. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist doch so ein Film, oder? Hä, was? Ist das nicht schlecht gezeichnet, auch wenn er den Menschen ein bisschen weirdo gezeichnet hat. Warum ist denn der weirdo? Der ist saugeil. Nein. Niesen. Was? Ist doch klar. Hä? Das reicht? Okay. Hä? Hund, Haus. Chef Strobel. Chef Strobel. Hä? Was sehe ich gerade nicht, was ihr seht? Was macht der denn da? Was zeigt der? Chef Strobel. Der schreibt Haus und Hund in den Schöter. Aber witzig. Reicht, dass du das machst? Ich kann nicht. Oder rein. Was machst du da? Was machst du da? Chef Strobel schreibt Mann. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Ey, kann das bitte ein Zuschauer aussehen? Nein. Oh mein Gott. Das macht doch irgendwo ein, wenn das Kunstwerk nicht geht. Ist doch dumm. Okay, Leute, jetzt müsst ihr auffassen. Jetzt müsst ihr auffassen, ja? Was macht der? Oh mein Gott. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Wer ist das? Hier, was ist da drin? Was ist da drin? Was ist da drin? Nein, die Gopalast eigene. Oh mein Gott. In welchem Universum? Wo liegst du denn so? Der greift dir mit beiden Armen ins Maul. Es ist doch egal, wo du liegst. Es ist immer noch ein Zeitdruck. BTF. Er greift dir ins Maul. Wer ist es wohl kaum? Keine Ahnung. Der Nachbar. Vielleicht ist der Nachbar, wenn der ein Tarz ist, aber. Ich weiß nicht, aber ich fühle es, ich feier es, Alter. Nein. Was? Oh, aber nein, sie zeichnet. Revi kann sie nicht zeichnet. Ja, aber nicht schnell schreiben. Ich will nicht schreiben. Konsent. Wer ist er denn, Sascha? Wer ist er denn? Ist er, hat er Hunger, oder? Ich war mir eine Million, das hätte ich das für Boomerang. Digga, der ist richtig, der ist richtig, der ist richtig... Ich hab Strom. Wer ist der Rathen? Sascha ist gut, oder? Das war gut gemalt, ne? Das ist die komplette Katastrophe eigentlich. Das sind die Finger, die das halten. Ey, ich wünsche es mir dann so.